Hesikien 32, Vers 14 und 15 Alsdann will ich seine Wasser klar machen, dass seine Ströme fließen wie Öl, spricht Gott. Der Herr, wenn ich das Land Ägypten verwüste und alles, was im Land ist, würde mache und alle, die darin leben, erschlage und sie sollen erfahren, dass ich der Herr bin. Amen.